Hallo und herzlich willkommen zu einer anderen Folge in Minecraft. Also let's play Minecraft, die zweite Staffel. Oh, ah, die zweite Staffel. Ich habe einen Blomstack, den habe ich gerade berührt. So, ähm, was machen wir heute? Äh, genau gesagt, ist wahrscheinlich jetzt noch gar nichts anderes über die letzten Folge. Zwölf Glas, eh mein, eh mein. Ah, zwölf Glas klingt jetzt vielleicht, hm, am Anfang, ja, ist nicht so viel. Ah, muss hinter die Fassade blicken. Dann ist zwölf Glas zwar immer noch nicht allzu viel, aber... Trotzdem. Dann bräuchten wir mal ein Bett. Wir haben eine Wolle, oder? Ja. Eine beste Wolle. Wir müssen uns echt mal einrichten. Naja, viele Möglichkeiten gibt es in Minecraft ja jetzt eh nicht. Das heißt, es wird ein bisschen, naja, einfach Blöcke platzieren. Das Ganze hier loszuwerden. Das Ganze loszu. Ah, Moment. Nini. Ah. Du bist gerade live in einer Aufnahme. Wie fühlst du dich? Okay. Ich werde die Folge ein Opfer in der Aufnahme nennen. Das ist richtig scheiße. Ja, die geht aber nur noch acht Minuten. Aua. Scheiße. Ich sterbe gleich an Hungertod. Spülten du. Minecraft Einzelspieler. Spülter. IGTTT. Okay, ja, ich komme dann gleich nach in acht Minuten. Na, sagen wir sieben. Sagen wir sieben. Sagen wir sieben. Dafür kann man gerade echt sieben sagen. Ja. Ja. Na, wirklich, wirklich. Ist ganz klar. Ja, Mini, äh... Willst du einen Teil zum Commentary beitragen? Irgendwas Spannendes sagen? Ist das du heute gegessen? Was gab's zum Mittag? Ich möchte das nicht essen. Schnitzel sagst du? Weiß nicht. Die weiße Wurst. Ähm... Okay. Ja, wird's geschmeckt? Gut, schlecht? Würdest du es besser oder schlechter machen? Ganz klar besser. Okay. War's schlecht oder war's halt trotzdem gut? Und nur weil du halt so gut bist, würdest du es besser machen? Das war eigentlich so ganz gut. Ich kann mal schon mal schütteln lassen. Okay. Wie viel, ähm, Hauben würdest du denn geben, wenn du zehn Hauben zur Verfügung hättest? So Haubenhüte von Köchen? Ja, ja, schon zum Hauptmanns. So, null. So, aber fünf. Ja, von von zehn Möwlichen. Daher hat es dann eine halbe oder was? Ja, okay. Da hat einkriegt, wenn es von zehn Gapazen zu finden. Ja, wie gesagt, die Aufnahme ist jetzt auch zu Ende. Na, man muss halt wissen, das ist ein Opfer. Ja, und es gibt Leute, die sagen, ja gut, Schule ist Schule, Freizeit ist Freizeit. Andere Leute leben allerdings in der Vergangenheit und nicht in irgendeiner Vergangenheit, sondern in der Vergangenheit von Ereignissen, die sich in der Schule abgespielt haben. Das sind halt die größten Opfer. Mini, wo würdest du dich jetzt zuteilen? Würdest du eher sagen, du bist ein Opfer, das in der Vergangenheit... Ich bin so ein bisschen, der in der Zukunft ist. Ah, okay. Perfekt. Ja, bist du für Veränderungen, oder? Glaubst du mir oder nicht? Ich glaub dir. Mini, wie könnte ich dir nicht vertrauen? Ganz ehrlich. Was, was du wirklich twittert? Ja, mein Twitter. Ja, wusste ich. Ah, hier macht man noch so einen kleinen Gang, Leute. Das wissen viele gar nicht, aber so kleine Gänge sind schon. Oh, 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 oh. Nice. Jetzt musst du die ganze Zeit so in Chat schreiben. Nice, ja, ob du in das und getötet hast. Nein, das mache ich hier. Ah, der war mir nicht klar. Okay. So. Jetzt nehmen wir hier ein Dings. Hallo. Hoffen wir, ob ich traitor bin oder Innocent. Traitor. Richtig. Mini, jetzt hättest du lügen müssen. Ja, jetzt ist mir egal. Nee. So. Wir konnten mal zutritt, als ich will dann mal richtig warten. Ah, das ist nicht. Nee. 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 Für dich, ja, aber... Für den Rest der Gemeinde. Nein, also können die Runde wirklich quäner. Wir sind drei gegen fünf. Nein, das ist ja dann habt ihr ziemlich sicher gewonnen. Du kannst die Sachen im Shop kaufen. Ja. Ja. Das muss man ja nicht sagen. Nein, nein. Machen wir ja, zusammen. Ich und Mini dann, aber... Über's gab. So. Die Aufnahme neigt sich auch schon. Dem Ende zu. Ich bin sicher, ich würde die anderen Unbelebnisse. Na, ganz sicher, wenn nicht. Bist du tot? Na. Ja, schade. Ich meine, gut so. Schaffst du es nicht? Das hat mal alles. So, Nummer 5 und 2. So. Perfekt, Leute. So stelle ich mir einen kleinen, komischen Raum vor, der keinen wirklichen Zweck hat. Schon ein bisschen aus, als wäre da eine Stadt, wenn man so durchschaut. Eigentlich gar nicht, aber wenn man sich eine Stadt drauf vorstellt. Dann wäre die genau da. Ah, perfekt. Oh, wir haben noch eine Werkbank. Da machen wir uns keine. Nimmst du auf, wenn du das bescheißt? Ja. Weil sie wissen, wer die Geld das haben. So. Ofen. Und was, wenn keiner Küche fehlen kann, darf, muss, sind natürlich ein Tisch mit einer Druckplatte drauf. Naja, ein Zaun mit einer Druckplatte drauf. Naja, wobei, jetzt mache ich eine Falltür drauf. Jetzt habe ich schon versehentlich eine gemacht. Ja, jetzt bin die... Was nimmst du auf? Äh, Minecraft-Einzelspieler. Folge 13, Staffel 2. Eine unglückliche Folge. Ah, perfekt. Da könnte man chillen, Leute. Das ist jetzt die Chill-Lounge für die richtig harten Boys. Nice, ein Pilz ist gewachsen. Ein Pilz ist gewachsen. Ah, ein Coach für mein TTT. Ich komme auch. Meine Aufnahme ist jetzt zu Ende. Leute, meine Aufnahme ist jetzt zu Ende. Ich weiß, das ist hart, aber ich bereite euch jetzt mal drauf vor. Okay. Okay.